So, hi Leute, siehst du mal, mach jetzt so. Oh, da meine Hauptmission. Da bleiben wir gleich drauf, Leute. Das war aus Rote gedacht. Das ist ein richtiges Aufnahme-Ding so. Aber da bleiben wir drauf gleich. Uh, wo fahre ich? Vielleicht schneide ich euch diese Folge dann zusammen. Das war's nicht so, dass ich da immer noch bin. Das war's nicht so. Ich bin da. 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 Hier ist wieder so ein Banditen-Unterschlupf. Woa! Woa! Ich muss da gleich noch ein bisschen nah nehmen, wenn wir schon mal da sind. Ich muss da gleich noch ein bisschen näher gehen. Noch fragen? Nein. Hey, ich weiß nicht. Ja, die ruften niemanden. Ich stelle da wegen Gesichtsaft dazu. Ich glaube, das ist mein Hauptschluss, wenn ich meinen Stab kurz in die Küche schneide. Ich bin nicht leichter. Ich bin nicht leichter. Da müssen wir gleich aufrüsten, aufmunitionieren. Hey Ranger, hey, hey. Herr Reinspaziert, hier wartet das Ab! Herr Löwchen, willkommen zurück bei PUBG's. der ranger und ist auf der farm alles wieder unter die farm ist glaube ich da oben irgendwo egal hast du schon das große schlachthaus gefunden ich weiß Ah, da geht es noch weiter runter. Hey Walker, hier unten. Ja, wo ist es? Ranger? Also, wo liegt das Problem? Gulo ist verschwunden. Und ohne ihre Infos sind wir aufgeschmissen. Ach ja? Nun, der Scrambler sollte den Sicherheitscheck der Obrigkeit überstehen. Dafür muss er aber auf ihr aktuelles Sicherheitssystem ausgerichtet sein. Sonst klappt es nicht. Gulo sollte nachforschen. Jetzt ist sie weg. Kurz vor deiner Ankunft traf endlich das hier ein. Marsch, Gulo hier. Ich habe einen alten Obrigkeitsbau gefunden. Über den Ablenk dort sollte ich herausfinden können, was für ein Sicherheitssystem die Obrigkeit nutzt. Aber es gibt Probleme, Marsch. Die Hügel sind voller Emote, Shrouded, auf der Suche nach Deck und Kills. Ich bleibe in Deckung und halte Ausschau. Ein schädlicher Spion. Schnappt sie! Bringt sie zur Stiernackenfestung! Marsch! Ich habe den Deck! Die Immortal Shroudeds sind kranke Bastarde. Die foltern aus Spaß. Wir brauchen die Koordinaten zu diesem Obrigkeitsbau. Und es wäre besser, wenn meine beste Spione nicht stürmt. Von wegen Immortal. Die werden schon noch sterben. Ich hole sie da raus. Viel Glück, Ranger. Bringt den kleinen Fuselschwammleben zurück, ja? Wo ist das? Heute. Oh! Oh! Finde Gulo in der Nackenstirfe ist dank. Na gut, wenn wir schon mal dort sind. Ah, sollte man rauskommen. Blöd Wachstum da raus. Ah, natürlich. Okay. Nope. Hey Ranger. Hey. Hey. Na gut. Here we go. Here we go. We shall be able to see you in a half percentile. Woah. 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 Nähere mich der Spiernackenfestung. Gut. Gulu trägt ein Locust-Karett bei sich. Technologie für Informanten. Es gibt ein Signal ab, das du auf dieser Frequenz empfangen kannst. Echt raffiniert. Sieben Lagerkisten. 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 Ich hab überhaupt ziemlich ein Sechen gesehen. Unser Blick ist klar. Unser Geil ist scharf. Immer schraudet. Bald haben wir sie alle unterworfen. Dank dir selbst und Mut. Vorsicht! Mach du das nicht! Ja, es ist trotzdem! Mach du das nicht! Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020